Manche Uhr kauft man sich, weil man die Uhr unbedingt haben möchte, weil sie eine Lücke füllt, weil es ein Schnäppchen ist oder aber weil man einfach von falschen Voraussetzungen ausgegangen ist. Alles das trifft auf meinen zweiten Neuzugang im Juno 22 nicht zu. Es handelt sich um die Borgwart Expert 1. Die Borgwart Expert 1 ist eine Seminaruhr, wenn man so möchte. Das heißt eine Uhr, die ich bei Borgwart auf dem Uhrenseminar selber gebaut habe. Und selber gebaut bedeutet hier, wir haben die Uhr zerlegt, wir haben das Werk gesäubert, wir haben Werkteile veredelt. Die Perlage, die ihr sehen könnt, habe ich selber angebracht. Aufgrund der Zeitbeschränkung habe ich bei den Genfer Streifen nur ein oder zwei Reihen gemacht, nicht die ganzen. Aber ich war dabei, als die Teile vergoldet und rodiniert wurden und wir haben die Uhr selbstverständlich auch zusammengebaut und dafür gesorgt, dass sie genau geht. Und wir haben das Ziffernblatt bedruckt. Wie ihr hier sehen könnt, ist unten bei der kleinen Sekunde mein Hund zu sehen. Mein Hund heißt Motte, das steht auch drüber. Das Jahr, an dem sie zu uns gekommen ist und auf der 12 Uhr ein Tatzenabdruck von ihr. Das sind die Sachen, die wir in dem Seminar gemacht haben und eine Uhr, die vom Stil her komplett aus dem Rahmen fällt. Vom Stil her wäre das keine Uhr, die ich mir so gekauft hätte. Aber es spielt so etwas von keine Rolle für mich. Eine Uhr, die ich zum Beispiel Weihnachten getragen habe, die ich zu besonderen Anlässen trage. Eine Uhr, die mir immer wieder ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Und ja, das war also meine zweite Uhr aus dem Juno 22. Ein wunderbares Erlebnis und ich kann es jedem nur empfehlen, einmal ein solches Seminar mitzumachen. Ich habe niemals gedacht, dass ich mit den kleinen Teilen zurecht käme. Und trotzdem ist mir nicht mal eine einzige Schraube runtergefallen. Ich habe nichts kaputt gemacht, nichts eingeatmet, nichts verschluckt und mit Hilfe der Fachleute auch alles an den richtigen Platz gebracht. Genial, wirklich absolut genial. Ja, Borgwart macht diese Kurse sowohl in Effringenkirchen, das ist südwestlich von Freiburg Richtung Schweizer Grenze, aber auch im Rhein-Main-Gebiet in der Nähe von Frankfurt, sodass es da zwei Möglichkeiten, zwei örtliche Möglichkeiten gibt, an einem solchen Seminar teilzunehmen. Ich bekomme da nichts für, dass ich das so erwähne, Borgwart weiß auch nicht, dass ich das erwähne. Es ist wirklich meine persönliche Begeisterung für das Seminar für die Uhr, die mich das so in Anführungsstrichen bewerben lässt, beziehungsweise das so in den Vordergrund stellt. Eine Uhr, die ich richtig liebe, die ich selten trage, zum einen, weil es nicht ganz mein Stil ist, zum anderen, weil ich sie aber auch schonen möchte. Diese Uhr kommt nur zu besonderen Anlässen an den Armen. Weihnachten oder als mein Schwager 60 geworden ist, da trage ich die Uhr sehr gerne und freue mich jedes Mal über die Uhr. Ein absoluter Keeper geht nicht, steht nicht zum Verkauf. Und selbst wenn sie zum Verkauf stünde, keiner von euch kann was mit dem Bild meines Hundes anfangen. Insofern muss die Uhr bei mir bleiben und das ist auch gut so, denn das soll sie auch.